Wir stehen hier, ich stehe hier für den Standort Nordderstedt und wir stellen auf diesem Stand alle Angebote des Konzerns Stadt dar. Vom Schwimmbadangebot über die Bildungswerke, über Strom und Telekommunikation und auch Grundstücksangebote werden hier dargereicht. Wir wollen dem interessierten Kunden oder dem interessierten Unternehmer vermitteln, du bekommst hier alle Angebote an einem Standort und wir sind alle für dich Ansprechpartner und möchten dir den Standort Nordderstedt so attraktiv wie möglich präsentieren. Naja, also der Standort Nordderstedt, das ist natürlich eine Entscheidung aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. Wir haben die größte Unternehmensdichte und sehr viele Arbeitsplätze mit sehr attraktiven Unternehmen anzubieten und natürlich eine perfekte Infrastruktur. Wir sind ans Hamburger ÖPNV-Netz angebunden, was andere Kommunen und Städte natürlich nicht mehr bedienen können. Da sind wir einzigartig in Schleswig-Holstein. Wir haben mit der gemeinsamen Geschäftsstelle, länderübergreifenden Geschäftsstelle der IHK Schleswig-Holstein zu Lübeck und der Hamburger Handelskammer eine Besonderheit, die einzigartig ist in Deutschland und bieten den Unternehmern als auch den Arbeitnehmern alles an, was in unseren Möglichkeiten steht, insbesondere Ansprechpartner zu sein für fast jede Fragestellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Heck, 2016 Ein empezarكان mit dem Titelsong Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eben Euro 介iv werdenumpfersieg wird im rumors